Wir liegen ja im Paradies eingebettet, der Main, der regnet es, das den Leuten klar zu machen, wenn man woanders ist. Das ist eine der Aufgaben und das gelingt auch. Das regnet es da entlang und dann abends, so ab neun, wenn da ein Sonnenuntergang ist, und man sitzt da und trinkt mal ein Bier, dann ist der kleine Brotzeit, dann ist das mit nichts mehr zu vergleichen auf dieser Welt.